Willkommen bei Easy Minology. Mein Name ist Stefan. Und ich bin die Alex. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie das Komplimentsystem funktioniert. Das können wir nochmal besser machen. Willkommen bei Easy Minology. Mein Name ist... Ja? Hast du es besser gemacht? Ich glaube nicht. Minimal vielleicht? Das wird lustig, hier durchzukommen. Das machst du, gell? Ja. Ja? 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 Was denn? Was denn? Glaubst du mir nicht, oder was? Du kannst es auch machen. Oh, nee. Gucken wir mal, wer es abkriegt. Ich muss Pipi anexen. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss. Also ist es gar keine Hypersensitivitätsreaktion, sondern völlig normal? Und den baldigen Prof komplett aus dem Konzept gebracht. So könnte man das, glaube ich, beantworten. Oder wir lassen es einfach und reiten uns nicht rein. Wir lassen es. Dann ordne ich es nochmal. Das wird nicht funktionieren. Ich sag's dir. Es wird... Was wird nicht funktionieren? Diese Folie. Ach so, diese Folie wird nicht funktionieren. Ich dachte so, bei Stefan, so ein bisschen was kann ich schon. Du kannst mir das schon zutrauen. Diese Folie wird nicht funktionieren. Das weiß ich jetzt schon. Stoffe des Immunsystems ausschütten. Und diese Zytokine. Das war so klar. Das war so klar. Und zwar los. Der Arm funktioniert nicht mehr. Ich will nicht wissen, wie du damit pipitiert hast. Schlecht. Sie hätte dich ja auch links stechen können. Aber nein, wir haben es doch im Kopf auch, oder? Dann erzählen wir es halt einfach nur. Schmerz. Rötung, Schwellung, Schmerz. Rötung, Schwellung. Wir haben es voll im Kopf. Rötung, Schwellung, Schmerz. Wieder beim Alter, ja. Ja, eigentlich machen wir das ja nicht mehr. Wir sprechen nicht mehr über unser Alter. Nein, wir sind zu alt dafür. Wie ihr euch vorher... Ja? Arm. Hm? Arme. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017